Der WaveAce verfügt über eine Reihe von Erfassungsmodi, die es ermöglichen, die unterschiedlichen Signale in verschiedenen Anwendungen zu messen. Der Erfassungsmodus kann durch Drücken der Taste Acquire im Bedienfeld geändert werden. Die Vorgabe ist Sampling. Es handelt sich dabei um den am häufigsten genutzten Modus einer Echtzeitabtastung mit der unten im Bildschirm angegebenen Rate. Wird die Zeitbasis geändert, so ändert sich auch entsprechend die Abtastrate. Die Spitzenwerterfassung Peak Detect sucht nach schnellen Pulsen mit einer Breite von bis zu 2,5 Nanosekunden. Der Average-Modus bildet den Mittelwert über eine eingestellte Anzahl von erfassten Signalen. Weitere Einstellungen sind die Sinus-über-X-Interpolation statt der standardmäßigen linearen Verbindung der Messpunkte und der Equivalent-Time-Modus. Im Equivalent-Time-Modus können sich wiederholende Signale mit einer deutlich erhöhten Abtastrate von bis zu 50 Gigasamples pro Sekunde erfasst werden.